Hallo liebe Community, liebe Draußenmenschen, liebe Outdoor-Fans. Ich lade euch heute dazu ein, mit mir wandern zu gehen und eine schöne Nacht draußen zu verbringen, im Freien. Und wenn ihr dazu Lust habt, dann bleibt dran. Der grobe Plan ist, dass wir uns treffen, laufen, schlafen, zurücklaufen auf einem anderen Weg und dann wieder nach Hause fahren. Erst hatte ich gedacht, ich mache das so an einem Tag und dann hatte ich mir gedacht, nee, das geht vielleicht doch nicht, weil wenn jetzt Leute vielleicht von weiter weg kommen wollen, dann fahren die ja nicht wegen einem Tag irgendwo hin. Das wäre jetzt die Chance für Leute, die jetzt von weiter weg kommen, mich einfach mal kennenzulernen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir machen eine Wanderung, schlafen dann draußen und gehen am nächsten Tag erst wieder zurück. Und so gibt es ein bisschen mehr Zeit für uns, für Gespräche, für ein Miteinander und das finde ich einfach viel cooler. Das wird eine gemütliche Runde, das wird schön entspannt alles. Ich habe schon einen wunderschönen Weg rausgesucht, da seht ihr schon ein Stück davon. Und das ist sehr, sehr schön, wirklich sehr schön. Also ich kann sagen, wir laufen im Elstertal entlang, mehr will ich jetzt noch nicht verraten. Es gibt noch ein paar Einzelheiten, die ich klären muss, das kommt jetzt darauf an, wie viele Leute sich anmelden. Wenn wir nur zu 15 sind, machen wir jetzt nicht viel Aufriss. Wenn wir jetzt 10 und mehr sind, dann muss ich mal noch zwei Sachen abklären vorher. Ansonsten haben wir eine private Wiese, wo wir drauf schlafen dürfen. Ja, wann soll das Ganze losgehen? Und zwar am Sonnabend, dem 12. Oktober. Sonnabend, den 12. Oktober. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Ich blende zum Schluss nochmal die einzelnen Daten ein, dass man es nochmal in Screenshot machen kann oder sonst irgendwas. Wo treffen wir uns? Wir treffen uns in Berger-Wünschendorf. Früher hieß das Ganze Berger-Elster. Wir sind jetzt zwei Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben. Das heißt jetzt Berger-Wünschendorf. Also Samstag, 12. Oktober in Berger-Wünschendorf. Wann ist unser Starttermin? Der Starttermin ist genau pünktlich 11 Uhr. Also die Tage werden jetzt wieder ein bisschen kürzer. Deswegen wollte ich ein bisschen vormittag losgehen. Aber auch nicht zu früh, damit Leute, die noch anreisen, noch die Möglichkeit haben, früh loszufahren. Also 11 Uhr, pünktlich 11 Uhr am Samstag, den 12. Oktober in Berger-Wünschendorf. Wie könnt ihr daran teilnehmen? Ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an, ich blende es hier nochmal ein, an rogo.hardwig.googlemail.com. Ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, wer ihr seid, mit wie vielen Personen ihr kommen möchtet, damit ich ungefähr eine Vorstellung bekomme, wer alles kommt. Damit wir eventuell noch ein, zwei Sachen abklären können. Wie gesagt, fünf Leute, kein Thema. Wenn es mehr wären, muss ich noch ein, zwei Sachen abklären. Das Ganze wird natürlich von mir gefilmt. Ich werde auf jeden Fall ein Video davon machen, egal wie viele Leute wir sind. Es sei denn, es wird wie aus Eimern regnen. Also wenn es wirklich richtig schifft, dann werden wir die ganze Sache verschieben müssen. Weil das macht keinen Sinn, den ganzen Tag draußen zu sein bei Regen. Also es soll ja auch ein bisschen schön sein. Und da helfen uns wieder die E-Mails. Dann kann ich wirklich jeden Einzelnen anschreiben, zwei, drei Tage vorher und sagen, pass auf, der Wetterbrich sagt absolutes Gewitter voraus. Dann macht das keinen Sinn. Noch ein kleines Detail hinterher. Wir werden am ersten Tag etwa zehn Kilometer laufen. Klar, mit Gepäck, was ihr mitnehmen wollt. Dann gehen wir in eine Gaststätte, verpflegen uns da nochmal. Also bringt ein bisschen Geld mit. Das wird dann so gegen Nachmittag werden. Also je nachdem, wie lange wir brauchen für die zehn Kilometer. Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Da werden wir nochmal Wasservorräder auffüllen und noch ein bisschen was mitnehmen für die Nacht. Dann muss ich mal sehen, wie das mit dem Feuer funktioniert. Also bringt auf jeden Fall Sachen mit, die ihr auch kalt essen könnt. Oder bringt euch einen Gaskocher mit, je nachdem. Ich weiß nicht, ob wir Feuer machen dürfen. Das kommt jetzt so ein bisschen auf die Wetterlage drauf an und wie viele Leute kommen. Also das hängt noch von so ein paar Sachen ab. Es können Hängematten aufgespannt werden. Es gibt einen Wald in der Nähe. Also das ist alles ganz easy. Also wir brauchen Schlafsachen. Wir brauchen was zu essen. Ja, und den Rest kriegen wir schon irgendwie hin. Wegen Wetter- und Kältetechnik müsst ihr halt gucken. Oktober, ich denke, da hat jeder seine Erfahrungen gemacht schon. Ja, und nächsten Tag sind es ungefähr sieben Kilometer zurück auf einer anderen Route. Und dann sind wir wieder im Berga. Und dann gehen wir alle wieder schön nach Hause und genießen den Sonntag. So, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Und dann hoffentlich sehen wir uns bald. Ciao, euer Rogo.